Echigo, aufwachen! Echigo, aufwachen! Was denn? Das fünfte Mäcklid ist in Gefahr! Rufe die anderen! Schnell! Schnell! Hä? Wie bitte? Jumjus, Brommerich, mit dem Morphorin! Geistitel 4, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 0! Oh, ich habe dich wäre, ich hab zu verhandeln! Echigo, es ist ein Schicksal! Mäcklen! Geistitel 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 15, 15, 15, 20, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 16, 18, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 28, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 21, 21, 22, 21, 23, 22, 23, 24, 25, 22, 21. Vommerich, mit dem cry, mit dem Chiffen! Vommerich, mit dem Chiffen! Acht und dem Chiffen! Gemmerich, mit dem Chiffen! Na toll, muss das unbedingt ne alte Kirche sein? Da läuft es einem ja eiskalt über den Rücken. Bist du dir auch ganz sicher, dass wir ausgerechnet da rein müssen? Quatsch nicht rum, gehen wir rein! Das…das ist doch… Oh! Kimean-Alarm! 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 Hä? Kimean-Alarm! 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 Wahnsinn! Das fünfte Mitglied ist Sakura! Du Miststück! Du hast meine Chimere in den normale Rahmen zurückverwandelt! Das wird dir noch verdammt leid tun! Du Miststück! Du Miststück! Du Miststück! Du Miststück! Rippen! Sakura! Kassel! Robbo! 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 Beide! Reden! Endlich haben wir dich gefunden. Sakura, du gehörst zu unserem Team. Vergiss es. Ich habe keine Lust, mit euch den Helden zu spielen. Ich brauche euch nicht. Keinen von euch. Ja, aber... Du bist doch auch... Du bist doch unser Teammitglied! Sakura, bitte! Verzähl dich! Fass mich nicht an, du verdammter Freak!